hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal heute geht es um die amerikanische black metal band nihilum diese veröffentlichten ihre debut ep call of the void die ep wurde von jeff heard im bedroom studio aufgenommen und von simon jameson beim black art audio gemischt und gemastert der in north carolina lebende black metal künstler nihilum baut seine klangfestung auf einer grundlage treibender melodischer tendenzen auf seine musik zielt darauf ab die grenzen seiner zuhörer zu testen ärger hervorzurufen und das schlafende wunder freizusetzen das in unserem kollektiven bewusstsein unterdrückt wurde vor allem sein engagement und seine liebe zum black metal und zur musik im allgemeinen treiben im leben voran das war schon wieder wenn es euch gefallen hat dann lasst einen daumen da schreibt was in die kommentare nehmt ein abo mit und ansonsten sehen wir uns im nächsten video bei nächsten news oder im nächsten review macht's gut